Zweite Halbzeit im Bezirks-Oberliga-Oberwehrenspiel. SV Wacker Burghausen C2 gegen Haltenerding. Es steht noch der ersten Halbzeit 6-0 für SV Wacker. Und das war in der ersten Minute der zweiten Halbzeit 7-0. Und Fabian Greilinger mit 8-0 in der zweiten Minute in der zweiten Halbzeit. Die Jungs, wir können noch schneller nach vorne gehen. Nicht gerade zu zweit. Ja, sag ich jetzt nicht, aber du sollst vorne stehen. Darum gehen. Aber scheiße, Hubermann. 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 Nach dem Gegenstand. Jawoll. Es war gut durchgesetzt vom Fabi. Mit dem 8-0 in der vierten Minute der zweiten Halbzeit. Die tausen Scheißen zusammen. Das heißt, wenn es so bleibt, wie er sich so weiterentwickelt, haben wir in den letzten zwei Spielen jetzt alles dafür getan, in der Liga zu bleiben. Was dann letztendlich passiert, liegt nicht in unserer Hand. Jawohl, das war 9-0 durch unseren Ugo. Fünf Minuten. Neun. Neun. Und Ugo zum Zehn. In der vierten Minute, das reicht mir noch Zeit. Danke. Hallo. Danke. 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 Ich will einer immer zwischen den Lücken fallen lassen in die Sechser, gell? Ich will einer immer zwischen den Lücken und den Lücken fallen. Simon, wir spielen in die 6-2 und sonst gar nichts! Kommt rechts höher, die anderen zwei! Jetzt hat die 6 Helfer, Junge! Komm, bleib mal vorne! So, drauf, komm! Hey, hey, Sona, wenn der gespielt ist, da musst du voll Gas auf den drauf! Komm! Oh, der ist drüber! Ah! Simon, du bist da! Du bist nicht da, du bist da! Simon! Hallo! Hallo! Mit links! 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 Jawoll! Jawoll, fleet! Zauwenn Glasse! Unser Zaunsee mit dem 11.0 in der siebten Minute der zweiten Halbzeit. Uwe mit dem 12.0 in der siebten Minute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist voll Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war die zehnte Minute der zweiten Halbzeit. Das 13.0 für den SV Rockerburghausen C2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 13.0 in der siebten Minute der zweiten Halbzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Uga, geht's noch? Uga, fünf Minuten oder dann wechseln wir bei dir, ok? Uga, das war jetzt Pech für den Torwart. Du bleibst drauf. 15-0. Das war's für mich. Du bleibst drauf, vielleicht würde ich die Tor schützen. Du bleibst drauf. 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 Glocken. Wer kommt? Und wieder der Uhr. Ich weiß nicht mehr, 15 oder 16. 4, 2, 3. Gut. Auf die 6, ein bisserl tiefer. Auf die 6, ein bisserl tiefer. Das war jetzt nicht auf die Fotografie. Auf die 6, ein bisserl tiefer. Auf die 6, ein bisserl tiefer. Jawohl, jetzt, komm. Komm! Komm, komm! Wir gehen weg! Stimmt! 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 Komm raus, Fabi! Komm vorne bleiben, Junge! Ja, weiter! Komm, komm, komm! Hopp, hopp, hopp! Jawoll! Gut, Fabi! Ich glaube, das war 17er. 17 Uhr war es. In der 18. Minute. Trinkpause oder wie? Okay, dann gleich wieder zurück. Okay. 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 Okay.